Moin Moin und ein Hallo von der Küste. Ja, was für ein komischer Sommer. Erst unwahrscheinlich heiß und dann völlig kühl und verregnet, aber was soll's, da müssen wir durch. Das Wetter können wir uns nicht aussuchen. Ich nutze heute einfach mal die Gelegenheit und möchte euch ja meine fünf liebsten Messe präsentieren. Das ist im Titel ersichtlich, also Build4Life, mein Top 5 und warum das so ist und ja im Einzelnen, wie das mit den Messern so aussieht, das möchte ich heute hier mit euch ein bisschen besprechen. Wir beginnen mal mit Victorinox. In diesem Falle das Kleinmehr mit den Daily Custom Schalen. Ja, Titan Rasti Finish. Immer noch für mich einfach ja ein Top Messer. Ich habe nie im Leben Victorinox besessen. Ich bin erst mit Ü50 auf Victorinox gekommen und dann musste es auch nach langer Überlegung, das hat glaube ich zwei Jahre gedauert, auch diese Titanschale sein. Und das gibt einfach ja rein haptisch und optisch natürlich ein besseres Bild ab, aber nichtsdestotrotz, also auch ein Victorinox Climber in der Standardkonfiguration ist natürlich ein taugliches Werkzeug. Aber ich sehe meine Messer ja schon lange nicht mehr als Werkzeug und von daher dürfen sie auch ein bisschen schick sein. Ja, in der Funktion überaus tauglich. Ich hadere dennoch ab und zu mit den ganzen Tools, denn ich brauche für gewöhnlich nicht den Dosenöffner und auch den Kapselheber nicht. Es sei denn, ich nehme dieses Teil als Schraubendreher oder auch als Hebelwerkzeug, das ist unwahrscheinlich stabil. Ich hadere ja auch immer noch mit dem Gedanken, mir von Werktrieb mal ein Victorinox mit den verschraubten Schalen zusammenstellen zu lassen, bin ich noch am überlegen. Aber wir werden das einfach mal im Auge behalten. Ja, was mich ansonsten an diesem Messer fasziniert, ist die unwahrscheinliche Stabilität, also die Seitenstabilität. Das ist definitiv eins der Messer, die ich am häufigsten mitgehabt habe, die ich auch am häufigsten benutzt habe. Die sehen zwar immer noch recht clean aus, aber das liegt einfach daran, weil ich, ja, es sind ja nur Kleinigkeiten, die im Alltag verrichtet werden. Also mal eine Tüte aufschneiden oder eine Blisterverpackung. Aber ich mache hiermit ja keine schweren Sachen und von daher sind die Klingen auch nicht verranzt. Das Klingenfinish, das Griffschalenfinish, das bleibt in diesem bronzefarbenen Ton natürlich so bestehen, aber in der Anfangszeit dieses Rasti Finish hat ja so diese Punkte drauf. Das nutze ich natürlich innerhalb weniger Wochen ab, aber ist auch erstmal nicht weiter tragisch. Ja, die Schrauben habe ich hier nochmal auf die Herdplatte gelegt, aber auch schon vor langer Zeit. Gut gemachte Maschinenschrauben. Der Clip selbst, ja, den habe ich ehrlich gesagt auch hier nur dran, weil das optisch so am besten passt. In der Funktionalität ist er doch ein bisschen eingeschränkt, weil er sehr flach ist und ja, die Spannung, das geht eigentlich noch, aber auch die Position wäre besser, wenn man hier so einen Deep Carry Clip hätte, weil er höher sitzen könnte. Das geht hier wahrscheinlich nicht, wegen der Nieten, die darunter sind, aber naja, letztendlich ist es so, wie es ist. Ich habe ja noch andere Clips, die ich hier ranschrauben könnte, aber so ist es eben wie aus einem Guss. Getragen wird es von mir nach wie vor in der Pouch von Delicastums, die aus der Berliner Zeugmeisterei kommen, die aber schon, ich glaube, seit zwei Jahren gar nicht mehr im Programm sind, aber ich finde das Ding einfach granatenmäßig. Das ist so richtig schön rustikal, auch hier, weil die Kanten nicht versiegelt sind. Das räufelt und fädelt alles so auf, da kommt richtig Party nach rauf und das ist einfach eine tolle Sache. Ja, begeben wir uns jetzt mal in Richtung Frankreich. Mein, ja, Le Seur. Dieses Messer, ein uraltes Design, man hat mal Fragmente davon gefunden, wahrscheinlich ja von englischen Seefahrern, die ihre Schiffe hochgefahren haben in die Stadt Zeur und irgendwann mal Reste von so einem Messer gefunden. Damals wird sowas sicherlich nicht in so einer edlen Ausführung gegeben haben. Das waren sicherlich einfache Gebrauchsmesser, aber eben gerade dieses Design und auch diese Verarbeitungsqualität, ja, das hat es mir angetan mit den Materialien. Design von Robert Bayonet, ja, zweifacher ausgezeichneter Handwerker in Frankreich. RWL Stahl 34, ja, helle Büffelknochen, handgeschmiedeter Damast wahrscheinlich von Philipp Ricard. Ich habe da mal Bilder gesehen, der da richtig große Brocken schmiedet und dann in allen möglichen Variationen und dann werden die halt als Bolster verwendet für, habe ich schon gesehen, auch an Laguiole im vorderen Bereich oder halt wie hier die mittleren Mitris, wie das immer so schön heißt, die mittleren Backen und das ist einfach ein tolles Stück. Ich mag das Messer ohne Ende und ja, das ist einfach qualitativ hochwertig gemacht. Der RWL 34 ist top. Klingenfinish ist in Längsrichtung fein satiniert. Wir haben den Rücken, ja, poliert. Auch diese einseitige Phase, diese Rückenphase oder dieses Swedge im Englischen, ich glaube, das wird auch Shawl genannt, auch poliert. Und das ist einfach ein Messer, wenn es darum geht, ein Schneideisen zu haben, das wirklich schneidet. Und hiermit kann man durchs Schneidgut durchgehen. Das funktioniert einfach vom Allerfeinsten. Ich mag ganz besonders die Art der Vernietung, denn diese Nieten sind nicht runterpoliert. Das sind ja pilzkopfartige Fragmente, die hier vorstehen. Und das ist einfach rein technisch gesehen eine tolle Sache, denn ich habe bei vielen meiner Solinger Messer innerhalb kürzester Zeit Probleme gehabt. Zum einen bekamen die Tools seitliches Spiel. Mitunter haben sich aus den, ja, die runtergeschliffenen Nieten in den Backen gelöst. Und was mir besonders aufstoß oder aufstieß, aufgestoßen ist, ja, das ist der schnelle Verschleiß der Rückenfeder. Und das merkt man immer, wenn man dieses Messer jetzt mal öffnet, und das habe ich schon tausende Male geöffnet, die Rückenfeder steht immer noch wie am Anfang perfekt plan. Und bei vielen anderen Messern hat sich die Rückenfeder abgesenkt. Das liegt, also ist nur ein optischer Makel, aber das liegt einfach daran, dass dieser sogenannte Hammer, diese Nase hier unter der Rückenfeder, dass die sich höchstwahrscheinlich in Gebrauch, wenn sich das Messer, also wenn die Klingen geöffnet und geschlossen werden, einfach abreibt. Und dadurch senkt sich das ab. Und das ist eine Sache, die mir einfach nicht gefallen hat. Ich habe zu diesem Messer damals erstmalig gelesen, dass aufgrund der Art der Verniedung, in diesem Falle sitzt ja hier so eine Messinghülse unter dem Nied, das soll langjährig oder langlebig dafür sorgen, dass eine Klinge kein seitliches Spiel bekommt. Ich war da anfangs ein bisschen skeptisch, aber ich kann bei diesem Messer sagen, dass es absolut null seitliches Spiel hat und dass das wahrscheinlich eine tolle Sache ist. Übrigens, das, was dort auf der Seite von Passion France geschrieben steht, steht nicht nur bei diesem Messer, das steht auch stellvertretend für Messer wie Laguiole, die auf die gleiche Art und Weise so vernietet sind und auch für viele andere Messer, die ebenfalls so vernietet sind. Dazu kommt noch der Vorteil, dass wir hier Stahlplatinen verbaut haben. Ich selbst bevorzuge aus optischen Gründen Messingplatinen, aber Messing ist natürlich wesentlich weicher und von daher nutze ich das auch schneller ab. Also meine Erfahrung ist eigentlich so, dass die Klingen, wenn sie seitliches Spiel entwickelt bei den klassischen Taschenmessern, das ist in der Regel minimal und bleibt auch so. Aber wenn sich halt ein Nied löst an den Backen, dann kann das unter Umständen mehr werden und man kann ein Nied, also wenn der runterpoliert ist, auch nicht einfach nachdengeln oder in den Schraubstock spannen, denn es ist ja kein Material vorhanden. Also man müsste den Nied dann entfernen und aufbohren, ausstoßen, austreiben und dann komplett neu vernieten. Bei der Gelegenheit in den Metallbacken auch ansenken, dass man das Material des Nieds da rein tragen kann. Und ja, rein qualitativ, also wir reden hier aktuell bei einem Messer, das ja damals mit 396 zu beziehen ist. Inzwischen sind die 200 Euro teurer, aber rein qualitativ ist hier an diesem Messer nicht viel auszusetzen. Also das ist einfach ein Topgerät. Und auch dieser innenliegende Stoppin, der sich hier in die winzige Schleifkehr belegt, sorgt halt dafür, dass man das Messer zuschnacken lassen kann, ohne dass die Schneide aufschlägt und auch auf Druck gibt nichts nach. Das ist auch, ja alles toll gemacht. Also da sind die Franzosen, ich habe ja mehrere Jahre in Frankreich gelebt und gearbeitet und ich hatte unwahrscheinlich viele Franzosen in der Hand. Das waren hunderte von Laguils, zwischenzeitlich auch mal ein paar regionale Messer, die ich aber nur befingert habe. Und bei den günstigen war es tatsächlich so, dass eben ja Verarbeitungsmängel auftreten können, die in der Funktion nicht stören, die die Funktion nicht beeinträchtigen. Aber wenn man ein qualitativ wirklich hochwertiges haben will, muss man wohl ein bisschen mehr in die Tasche greifen und zumindest war das ja auch mein Ziel. Dieses Messer trage ich in der Clip Slip von Daniel Potladek. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ja, von der Knife Launch habe damals glaube ich das letzte Modell bekommen und funktioniert gut. Aber mal noch eine andere Sache so ganz nebenbei. Da man ja überwiegend mit modernen Einhandmessern zu tun hat, die einen Clip haben, ist man an den Clip gewöhnt. Also Clip definitiv eins der neuesten Errungenschaften halt in der modernen Einhandmesserwelt oder überhaupt in der Messerwelt, was viele eben dazu veranlasst hatten, ein Messer mit Clip zu kaufen, weil man das eben besser transportieren kann in der Hosentasche. Kann man sehen, wie man will, aber ist so. Steht auch in dem Buch von Thomas Leibniff. Holt er so. Kann ich nachvollziehen. Und wenn man aber solcher, oder da man ja grundsätzlich viele solche Messer in der Hand hat, wenn man dann so mal rüberstreift und sich vielleicht am Material oder an der Verarbeitung, am Finish erfreut, dann wird der Clip in der Regel nicht als störend empfunden, weil man daran gewöhnt ist. Aber wenn man dann mal zur Abwechslung so ein Messer nimmt und ich sitze hier auch, also das ist kein Messer, das man auf dem Sofa stundenlang auf und zu macht. Das ist völliger Käse. Aber das ist ein Handschmeichler und ich habe das wirklich gerne in der Hand. Dieser hochglattpolierte, also hochglanz- und glattpolierte Knochen fühlt sich gut an. Man streift dann hier über das Damastmuster, das ist so leicht erhaben, fühlt sich gut an. Und auch wenn man dann über die Nieten streift, auch diese sind ebenfalls erhaben und fühlen sich aber gut an, da sie wirklich kugelrund gehämmert wurden und nicht so scharfkantig. Ich habe in letzter Zeit Videos gesehen zu dem Böker, ja ich weiß gar nicht, dieses K98 Modell oder 98K aus dem Karabiner und ja, da waren die Nieten katastrophal gesetzt. Scharfkantig und all das hat man hier nicht. Also die sind wirklich perfekt rund und sauber und das ist gut. Und hier ist kein Clip dran und das ist wirklich eine Wohltat, eben ein Messer in der Hand zu halten, wo überhaupt kein Clip dran verbaut ist. Also ja, finde ich einfach gut. Ist ein granatenmäßiger Wurf, dient mir auch überwiegend als alltägliches Vespermesser, aber auch für normale leichte Schneidaufgaben wird dieses Messer von mir gerne verwendet. Entschuldigung, kommen wir mal auf das Umnumsahn zu sprechen. Ja, das Umnumsahn für mich auch ein Messer mit einem absoluten Alleinstellungsmerkmal. Also von all den Chris Rief Messern und da kann man sagen, dass die durch die Bank ja gut verarbeitet sind, ist dieses das einzige Messer gewesen, welches mir vom Design her zugesagt hat. Also Sebenza in Cosi hatte ich kurzzeitig mal im Kopf. In Cosi, ja Larch in Cosi mit den Mikata-Einlagen auch, aber ich fand einfach das Umnumsahn ein bisschen geiler und ja, von daher ist es das geworden. Die Verarbeitungsqualität, wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist einfach ganz hervorragend. Der Klingenlauf an diesem Modell ist ja super inzwischen. Das lässt sich ohne Probleme auflegen, ohne Probleme schließen. Es dauert wirklich lange, bis sich die Messer einlaufen. Also gerade das Umnumsahn habe ich jetzt mehrfach auch von anderen Messer-Buddies, die Chris Rief Messer besitzen, gehört. Also gerade das Umnumsahn liegt auch größtenteils an der starken Vorspannung der Sperfeder, was eben dafür sorgt, dass der Klingenlauf zwar total soft ist, also das ist jetzt wirklich wie auf Glas, aber eben ja doch ein bisschen definierter. Aber hier ist auch ein riesengroßer Keramik-Detentball eingepresst, der ja sowohl Detentball als auch unter der Klingenwurzel dafür sorgt, dass kein Lockstick entsteht. Und dieses Messer, ja, hat bestimmt Macken. Also ich weiß, dass viele ihre Messer auch in kürzester Zeit wieder abgeben, weil sie Probleme haben, die Messer zu öffnen wegen dem Daumenpin. Ich habe damit nicht die geringsten Probleme, denn eigentlich muss man nur an der Kontur langfahren und dann geht das ohne Probleme auf. Als Linksender, ich kann grundsätzlich, bespiele ich alle meine Messer, die ich euch hier vorgestellt habe, auch mit Links und dieses ist das einzige Messer, was mir wirklich mit Links Schwierigkeiten bereitet, weil halt die Vorspannung des Frames so dermaßen stark ist, dass ich da meine Probleme habe. Also von daher würde ich Linksendern, ja, zu einem Linksender-Modell raten. Aber ansonsten mit rechts für mich, ja, gar kein Thema. Für normale Aufgaben ist das Messer absolut brauchbar. Es ist, ja, aus meiner Sicht unwahrscheinlich stabil aufgrund der Riesenwasher. Die Toleranzen sind unwahrscheinlich eng. Allerdings habe ich auch doch festgestellt, ich sagte mal in einem Video, dass der Finger, wenn er hier drin liegt, dass mich das nicht so sonderlich stört, wenn man doch mal ein bisschen länger damit arbeitet. Also das nicht so im Griff oder Pinchgrip oder so, da stört es überhaupt nicht. Aber wenn man das mal so richtig in die Hand nimmt, das reicht schon, wenn man so mal drückt. Dann hat man hier einen Hotspot und das, also einen dicken, fetten Hotspot im Laufe der Zeit, das kommt hier einfach von dieser scharfen Kante. Also die ist jetzt nicht scharf, aber man sagt ja scharfe Kante, weil die nicht so gebrochen ist wie hier von diesem Frame-Lock. Also das ist eine Sache, wie es ist. Aber letztendlich ist es für mich trotz der Macken auch, ja, einfach nur ein Top-Teil. Also da gibt es nichts. Die Chris Rief, das ist in der Serienfertigung, in der industriellen Serienfertigung einfach, ja, mit das Beste oder wenn nicht sogar das Beste, was man kaufen kann. Also an Qualität, ob einem die Messer jetzt gefallen im Design oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber qualitativ, wenn man so ein Messer mal zerlegt, das ist immer wieder aufs Neue faszinierend, weil einfach die Passungen so dermaßen genau sind. Wenn man ein Messer zum ersten Mal zerlegt, muss man vielleicht sogar mit einem Holzkeil ran. Weil hier einfach, es gibt keine Toleranzen, ja. Also wenn die Achse da durchgeht oder hier die Standoffs und in den Platinen, in den Bohrungen, da ist nichts mit Toleranzen. Das ist einfach passgenau und fertig. Da gibt es nichts. Und das muss man erst mal fertigen. Ja, übrigens auch ein Messer mit den engsten Toleranzen zwischen Platine und Klinge. Ich glaube, das ist so bei 0,2 Millimeter jede Seite, obwohl ich mich da auch nicht, wenn ich hier so, sagen wir mal, da sind vielleicht 0,3 und 0,2. Also wegen 0,1 Millimeter mache ich da kein Herrmann. Aber das ist schon alles perfekt und sauber gefertigt. Ja, in der Hand natürlich auch. Das ist, so ein Messer muss man in der Hand haben. Das ist einfach auch ein Gefühl. Also auf Bildern und Videos kommt sowas nicht so rüber. Aber für mich stand schon fest in der Anfangszeit, als ich die ersten Leihgaben hatte vom Kanal VIXPYDER. Ja, Christian sei gegrüßt. Chris rief, umnumsahn und hinterer XM18. Das waren damals die beiden Modelle, die ich einfach begehrt habe. Und natürlich muss man immer erst mal seinen Weg gehen. Und ich höre auch immer, ja, die Messer sind teuer. Jetzt im Moment sowieso. Also 600 Euro so für beide in der Standardversion, muss man schon rechnen. Aber genau genommen, ich habe irgendwann mal angefangen, ein bisschen intensiver nachzudenken. Und ich hätte mir natürlich auch jeden Monat ein Messer kaufen können für 100 Euro. Dann hätte ich nach einem halben Jahr sechs Messer liegen. Das Geld für einen Umnumsahn oder für einen Hinderer verbraten. Aber die beiden Messer hätten wahrscheinlich den Rest meines Lebens in meinem Kopf rumgegeistert. Und von daher habe ich irgendwann aufgehört, das so zu machen und mich den hochwertigen Dingen gewidmet. Und das sind auch Messer, die mich einfach abholen und begeistern. Und zwar dauerhaft. Denn ich habe in den letzten zwei Jahren immer wieder festgestellt, dass ich auch viel Käufe hingelegt habe. Also Messer gekauft aufgrund eines gefälligen Designs, aufgrund eines hochwertigen Finishes, sowohl in der Oberfläche der Griffschalen als auch in der Oberfläche der Klinge. Und gerade das führt dazu, dass ich diese Messer nicht benutzen möchte. Ich benutze alle meine Messer, unabhängig vom Preis. Aber wenn sie so hochwertig gemacht sind, habe ich mich gescheut. Also zum Beispiel V-Knife Double Helix, V-Knife Tuck oder Suck. Das waren so zwei Messer, wo ich gesagt habe, lieber nicht. Und die lagen so bei 250 Euro und diese hier mittlerweile liegen bei 600 Euro und trotzdem benutze ich sowas. Und auch hier habe ich überhaupt kein Problem mit der Benutzung, weil hier geht nichts kaputt. Hier, ja, wenn man vernünftig damit umgeht, auch die Knochenschalen sind sehr hart. Also das ist überhaupt kein Thema. Also eher bei günstigeren Messern, wenn sie halt so aufwendig sind. Gleiche gilt übrigens auch für das, den Spaten Hasifolder in diesem grünen, toll gemachten Griffschalen. Und das sind so Sachen, ja. Das ist übrigens auch ein Grund. Ich habe Anfang des Jahres beschlossen, mich von allen Modellen, die nur in der Vitrine liegen und die aufgrund eines hochwertigen Finish von mir nie benutzt werden, davon mich zu trennen. Und das habe ich gemacht und ich habe mir ganz fest vorgenommen, auch nie wieder ein Messer zu kaufen, von denen ich im Vorfeld weiß, dass sie nur in der Vitrine liegen. Denn es ist schön. Also ich verstehe die Sammler und auch ich fand das schön, zwei, drei Messer in der Vitrine zu haben, die mir einfach hervorragend gefallen. Aber Messer, die mir hervorragend gefallen, die durchaus in der Vitrine liegen können, die ich aber auch benutze, das ist einfach um Längen schöner. Ja, und hier dieses Finish. Ich weiß, für viele ist solcher Messer ein heiliger Gral, aber dieses Finish lädt für die Benutzung ein. Und hier seht ihr, sind auch schon die ersten Snail Trades und kleinen Kratzer drin. Ich sehe hier nichts, was hier erhaltenswert ist. Und von daher, ja, wird dieses Messer benutzt. Kommen wir mal jetzt auf mein absolutes Lieblingsmodell zu sprechen. Ja, Hindre XM18. Ich weiß, es gibt viele Leute, die mit diesem Messer nichts anfangen können. Ich weiß, dass es Leute gibt, die einfach mal ein Hindre kaufen, um das mal auszuschicken. Aber innerhalb kürzester Zeit geben sie es wieder ab, weil die Generation 6 mit dem Flipper-Tab, die sind recht hart im Detent. Das Flipper-Tab ist ein bisschen scharfkantig. Über die Daumenpins ist so ein Messer schwer zu öffnen. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Klinge nicht als Slicer verschrien ist. Ja, und die meisten geben ihre Messer dann wieder ab. Ich selbst kaufe ein Hindre nicht, weil es den Namen Hindre auf der Platine trägt, sondern weil ich mich intensiv mit der Geschichte der Hindre beschäftigt habe. Es gibt unwahrscheinlich viele Videos. In den letzten Jahren habe ich sehr, sehr viel gelesen und mir angesehen. Und wenn man erstmal die Philosophie dahinter verstanden hat, den Einsatzzweck dieser Messer, denn das sind Einsatzmesser, dann kann man damit leben und ich bekomme genau das, was ich erwarte. Ja, ich bin wie gesagt kein Hindre Fanboy, aber ich mag die Marke. Und wenn mir dieses Messer nicht gefallen würde oder allgemein, dann würde ich mir nicht ein Hindre nach dem anderen kaufen und ich habe in den letzten Jahren oder in den letzten drei Jahren, ich habe sechs Hindre besessen. Ich habe die dann teilweise ziehen lassen gegen andere bessere Modelle oder vermeintlich bessere Modelle aus meiner Sicht. Ja, und so ist das einfach. Wir bekommen hier eine Qualität, die genauso gut ist mittlerweile wie die von Chris Reef. Da habe ich auch vor kurzem auf Metal Complex Knife einige Videos gesehen. Und das war vor Jahren sicherlich alles noch anders. Da hat er auch Hindre mit seinen Messern Probleme. Genauso wie Reef am Anfang. Die hatten auch weder Steel Insert noch Keramik Ball. Die hatten auch teilweise Lockstick. Detent Bälle haben sich ja schnell abgenutzt und all solche Geschichten. Und man muss solchen Firmen natürlich auch Zeit geben, sich über die Jahre hinweg zu entwickeln. Und das hat Hindre gemacht. Also die geben wirklich Vollgas. Ich habe da vor kurzem ein Video gesehen von Blade HQ mit einer Roomtour und das ist schon beeindruckend. Und wenn man das mal sieht, wie die Messer gefertigt werden, dann kann man teilweise auch verstehen, warum die so teuer sind. Das Material selbst kostet ja nicht die Welt, aber eben das zu bearbeiten und die Qualitätsansprüche sind hoch, die Maschinen kosten Geld. Und wie gesagt, ich kaufe mir Hindre, weil mich die Messer überzeugen und nicht, weil es die Marke Hindre ist. Von, auf irgendeinem Artikel, ich weiß gar nicht, das war irgendwo im Messerforum, da wurde mal verglichen, damals das Hindre Eclipse mit dem Zero Tolerance 0932. Ja genau, das war ja auch 1 zu 1 Eclipse Nachbau von, also in Kollaboration mit Rick Hindre. Und da hat man sich dann zum ersten Mal drüber gestritten oder ausgetauscht, welches Messer nur das bessere ist. Und im Material war damals das Zero Toleranz besser, weil es beidseitig Titanschalen hatte. Und auch die Kugellager, die damals noch nicht, also Hindre hatte damals noch nicht, das 3W-Prinzip verbaut. Da waren die Kugellager schon, sah man, von Vorteil. Aber für mich ist einfach ja ein Hindre, ein Original-Hindre, egal wie gut die Zero Tolerance im Hindre Design sind. Das ist für mich ausnahmsweise nicht nur ein Messer, das gilt übrigens auch für dieses Laguiole. Also das sind zwei Messer, die ich nicht nur als Messer sehe, sondern das ist ein Lebensgefühl. Hindre für mich einfach das Werkzeug fürs Grobe, so wie ein riesengroßer, weiß ich, 32er Mausschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl-Unzerstörbar. Und dieses ist halt, ja, ein schneidendes Kunstwerk für die kulinarischen Genüsse. Also von daher haben Laguiole und Hindre für mich den absoluten, ja, das ist absolutes Alleinstellungsmerkmal, weil die einfach, das ist ein Gefühl für mich. Und ich würde jedem noch so gut gemachten Zero Tolerance, und ich will da wirklich niemanden auf die Füße treten, das ist nur meine Entscheidung, ich würde immer einen Hindre vorziehen. Ja, Preise, lange Zeit waren die Messer stabil. Vor vier, ja, vier, fünf Jahren hat man so für 450 Euro sowohl einen Umnumsamen bekommen, als auch einen Hindre, mittlerweile so bei 600 Euro. Ich habe heute mal geguckt, also Rheinleder hat zwar neue Bogies, immer noch für unter 500 Euro, aber mir reicht ein Hindre davon. Und dann, ja, bin ich damit glücklich. Aber wie gesagt, lange Zeit stabil. Jetzt mittlerweile Umnumsamen so 600, 630. Auch Hindre, je nachdem wo man kauft, 630 habe ich schon gesehen. Wenn man mal vergleicht, Umnumsamen natürlich von Hause aus mit einer beidseitigen Titanschale. Hindre, nur Frame-Lock-Seite. Diese Schale habe ich ja nachgekauft. Und wenn man dann bedenkt, dass man für so eine Schale im Schnitt, ja, ich glaube mittlerweile liegen die bei 270 Euro. Gerade die Horskill, da wird mitunter auf den Zweitpack noch mehr aufgerufen. Und, ja, dann explodieren die Preise schon. Also hier ist jetzt noch ein DLT Trading Exclusive. Und da muss man erstmal rankommen, also mit der Fullhead Spear-Klinge. Da muss man wirklich erstmal rankommen, denn die sind innerhalb von zwei Minuten verkauft. Und selbst wenn man jetzt das Glück hat, muss man so ein Messer ja auch erstmal nach Deutschland bekommen. Das heißt, zu dem Preis von, ich sag mal 550 Euro, kommt ja nochmal ein hoher Versand zu. Da kommen nochmal Steuern dazu. FIDEX hält auch nochmal die Hand auf. Also dann liegt man hier locker bei 650 Euro. Aber gehen wir nur mal von 550 aus und man haut sich dann für 250 eine Schale rauf. Ja, dann liegt man schon bei 800. Dann nochmal die Hardware getauscht, so wie ich hier, komplett im Walking Finish passend. Dann legt man auch nochmal einen 100er hin. Und wenn man dann noch einen Clip und Filler tippt, ja, dann kratzt man hier auch an der 1000 Euro Grenze. Und das muss es einem wert sein. Und mir ist es das wert, weil sonst hätte ich das nicht gemacht. Ja, kurzen Vergleich nochmal. Also die werden ja gerne miteinander auch verglichen. Oder allgemein Hinderer mit Reef und Streiter noch. Streiter habe ich ja nicht. Aber wir haben bei beiden jetzt Titan. Wir haben bei beiden pulvermetallogischen Klingenstahl. Hier den S35VN. Hoppala. Und hier den M390. Also da mache ich jetzt erstmal keinen großen Unterschied allgemein zwischen den pulvermetallogischen Klingenstählen. Die Verarbeitung sehe ich auch bei beiden gut. Das Design. Ich liebe beide Designs. Also das Umnumsahn hätte vielleicht sogar noch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Denn auf dem Tisch mit 100 Messern ein Umnumsahn zu liegen oder hinzulegen und zu sehen, das fällt sofort auf. Bei Hinderer bin ich da nicht ganz so sicher. Also mir würde es natürlich auch sofort auffallen. Aber ich finde die beide im Design gut. Aber wie gesagt, Punkt vielleicht für das Umnumsahn. Was das Schneidverhalten antrifft, ganz klar. Ne, so klar ist das gar nicht. Da muss man erstmal unterscheiden. Möchte ich ein Messer im Alltag haben und mir ist die Schneidperformance wichtig, dann würde das Umnumsahn klaren Vorteile haben. Dieses als Messer fürs Grobe, ja, wird derjenige, der jetzt sagt, ich brauche ein Messer fürs Grobe, eben, ja, dieses bevorzugen. Also von daher kann man das gar nicht klar sagen. Als EDC sicherlich diese Klinge etwas tauglicher, aber ich persönlich komme auch mit dieser Klinge klar. Und die Fullhead Spear, die ist auch nicht ganz so brachial ausgeschliffen, wie die Spanto klingen, die vorne extrem fett sind. Also auch die Spitze, die ist natürlich immer noch massiv, aber eben nicht so übertrieben massiv. Ich habe hier mal gemessen, hinter der Schneidphase 0,7 mm und das Umnumsahn hat 0,55, also das habe ich auch mal auf Arbeit gemessen mit einem elektronischen Messschieber, lag bei 0,55. Ansonsten, ja, kurz nochmal zu den Schneidphasen. Bei allen Hinterern, die ich hatte, also da wurde auch schon manchmal kritisiert, dass die nicht rasurscharf aus der Box kommen, aber alle Hinterern, die ich hatte, die kamen scharf an und vor allen Dingen waren die Schneidphasen absolut symmetrisch angebracht, beidseitig. Und darüber gibt der Sohn von Rick Hinderer in der Rumtour ein bisschen Auskunft. Er sagt, wenn wir jemanden haben, also die Schneidphase ist das Letzte, was gemacht wird an dem Messer, und wenn wir dann jemanden haben, der die Schneidphase von Hand schleift, dann ist er über Monate hinweg ausgebildet, geschult, trainiert, um das so gleichmäßig hinzubekommen. Und dabei gehen natürlich auch viele Klingen über den Jordan, weil die verschliffen werden. Und es kann immer mal passieren, dass eine Schneidphase, wenn sie dann absolut symmetrisch ist, nicht rasurscharf ist, aber dass die Papier schneiden, also das habe ich eigentlich, das erwarte ich immer und das war aber mindestens bei mir immer der Fall. Aber das ist schon wirklich Aufwand. Und es wird auch gesagt, dass dieses Hinderer ja eigentlich ein Messer ist für den groben Einsatz. Das heißt, auch mal irgendwo reinpökeln, mal ein bisschen hebeln und auch mal ein bisschen hacken, notfalls auch mal ein dickes Kabel durchhacken oder ein dünneres Stahlseil und dann mal raufschlagen mit irgendwas und dann erübrigt sich ja eine Schneidkante, die auf Rasurschärfe gebracht wird, sowieso von Hause aus. Also man muss die Philosophie hinter einem Hinderer verstehen, aber letztendlich kann auch jeder sein Messer so zurechtschleifen, wie er es möchte. Ja, Handling her, ich komme mit beiden Messern super klar, aber vom Handling her müsste ich mich entscheiden, eindeutig das Hinderer, weil ja, die Handlage ist definitiv besser, also das Öffnen und Schließen. Hier, wir haben ja hier bei den Non-Flippern modifizierten Detent, hier reicht der kleinste Impuls, die Klinge fliegt auf. Handlage sowohl im Vorgriff geil, als auch im Hammergriff. Ich nutze das überwiegend im Vorgriff, auch kein Hard-Juice, nur leichte Sachen, ist halt wie es ist. Aber wie gesagt, das Handling des Hinderers ist für mich um Längen besser. Das Entriegeln, das Fallen der Klingen, das geht so butterweich, also für mich sind das beides keine Spielmesse, das sind Arbeitsmesse, aber nur mal so im Vergleich. Dieses hier könnte ich wahrscheinlich 24 Stunden non-stop bespielen, da würde ich nicht die geringsten Probleme haben und das sieht beim Umnumsahn natürlich ein bisschen anders aus. Da kann man sicherlich auch mal 10, 20 oder 30 Minuten mit rumspielen. Dieses läuft wirklich gut, das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, im Handling eindeutig das Umnumsahn nachteilig im Gegensatz zum Hinderer. Also für mich, für meine Handschuhgröße 10 ist das einfach absolut perfekt. Und müsste ich mich zwischen diesen beiden Messern auch entscheiden, müsste ich, angenommen das wären meine einzigen beiden Messer und ich müsste eins der beiden hergeben, würde ganz klar mich das Umnumsahn verlassen. Also das ist einfach so sicher wie das Arm in der Kirche. Aber ich habe halt beide und deswegen bleiben auch beide. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Messer. Einfach für mich, ja, eine Sonderstellung, wie ich schon erwähnte, Laguiole, habe mich viele, viele Jahre begleitet, bis ich dann irgendwann den Entschluss gefasst habe, mal ein hochwertiges zu kaufen. Und das ist in diesem Falle ja auch geschehen. Ja, ein Laguiole von Philippe Voisier, Kaufpreis. Da kratzt man fast an einem vierstelligen Betrag. Aber letztendlich war es mir das wert. Laguiole für mich der Inbegriff eines französischen Taschenmessers. Es gibt viele regionale Messer, aber eben Laguiole für mich der Inbegriff. Und Laguiole für mich auch die einzigen Messer, die ich als sammelwürdig empfinde, wenn ich denn Sammler wäre. Ja, hier stimmt erstmal alles. Das ist, ich habe euch die Vorstellung gesagt, abgesehen von Kleinigkeiten, aber von der Verarbeitung her, das ist einfach, das ist schon ein ganz großes Kino. Wir haben hier die unwahrscheinlich taugliche Klinge. Nur 12C27 und ja, fast 1000 Euro. Da bezahle ich halt die Handarbeit. Aber es ist einfach ein super Stahl. Ich habe mich auch damit längere Zeit beschäftigt. Auf dem Kanal von Mr. Laguiole gibt es immer wieder Videos mit Interviews zu den Schmieden, die da halt drüber erzählen. Und da wird auch immer Auskunft gegeben, warum man diesen 12C27 verwendet oder den 14C28N und warum jetzt keinen pulvermetallorischen Stahl. Auch die Fragen werden geklärt, warum Damaststäle überwiegend von Balbach und nur kleinere Schmieden verwenden auch mal handgeschmiedeten Stahl aus Frankreich. Also das ist äußerst interessant. Und wenn man das alles weiß, wenn man die Hintergründe kennt, und der 12C27, das ist einfach ein klasse Stahl. In gleichbleibender Qualität und mit einem feinen Gefüge, ja, ausgehärtet kann der werden, ohne Probleme auf 60 HRC. Und wenn ich dann sehe, Kompromisshärtung hier, 58, 59 HRC beim Umnumsahn, S35VN, naja, dann ist das auch nichts Dickes. Und für ein Vespermesser, und dieses ist für mich ein reines Vespermesser, ist das absolut top. Ja, das Öffnen und Schließen bei diesen handgefertigten Einzelstücken, das geht natürlich wesentlich leichter vonstatten als bei den günstigen Standard Laguiole. Die gehen schon ein bisschen schwerer. Auch mein Laguiole Dubari, das war ja nur schon mittelpreisig, sag ich mal, auch da war das wesentlich schwerer. Aber ja, wenn man sich dann die Handarbeit anschaut, dieses Gravieren unter der Arbeitslupe über Stunden hinweg, also das ist schon alles, ja, einfach top gemacht. Und letztendlich wird einem dieses Messer auch nicht langweilig, ja. Also das wird jetzt auch nicht nur von Hand mit dem Stichel graviert, das passiert schon elektrisch. Aber trotz allem, ja, das ist, nehmt euch mal ein Blatt Papier und zeichnet mal so ein gleichbleibendes Muster auf, nur mit einem Bleistift. Und das ist hier so, ja, so sauber gemacht. Also wenn man sich das mit der Lupe betrachtet, ist einfach der Hammer. Ja, dazu die Griffschalen aus Giraffenknochen. Giraffenknochen auch unwahrscheinlich hart. In der Marmorierung gefallen sie mir. Ja, das Messer ist spaltfrei verarbeitet, im Inneren alles poliert, keine scharfen Kanten. Ja, das ist einfach mein absolutes Lieblingsstück von all den klassischen Taschenmessern. Und, ja, wenn man sowas hat, dann hört man auch irgendwann auf, nach anderen klassischen Taschenmessern zu schauen oder danach zu gieren, weil letztendlich für mich käme jetzt auch nur noch ein, ja, ein anderes Laguiole vielleicht in Frage, vielleicht von David Duvalier oder noch wieder ein Modell von Philipp Voisier, das dann noch aufwendiger gestaltet ist, noch schöner gemacht im Design. Und da gibt es auch so viele Modelle. Und ausgeschlossen werden kann das von mir nicht. Das ist alles vielleicht nur eine Frage der Zeit. Aber in diesem Falle ist es so, mal im Vergleich, bei den Hinderren habe ich mich von Anfang bis zu diesem Modell hin, ich habe ja auch über drei Jahre gebraucht, um mal an sowas zu kommen, da ist dieses jetzt für mich aktuell das beste Rinder, was ich einfach besitzen konnte, was ich ergattern konnte. Ich würde ein Modell aus der Containment Series, aus der Card Series oder vielleicht auch eins im Battlefield Pickup Finish bevorzugen. Aber das versuche ich schon seit Jahren und da kommt man einfach nicht ran. Aber wenn ich so ein Messer besitzen könnte oder die Möglichkeit hätte, an eins ranzukommen, würde ich höchstwahrscheinlich auch dieses wieder hergeben. Aber bei dem Laguiole bin ich mir eben nicht sicher, ob ich dieses Messer für ein anderes wieder hergeben würde. Ich denke eher nicht, weil jetzt ist man so in so einem Preisbereich vorgeschossen, wo man ja, wo man dann, also zumindest ich jetzt absolut zufrieden bin mit der ganzen Verarbeitungsqualität und hier geht es jetzt einfach nur noch darum, sich eventuell mal einzukaufen, was wirklich schöner ist, weil man es unbedingt haben möchte und dieses wird dann natürlich weiterhin benutzt und sicherlich auch das Neuere, aber das sind erstmal nur so Gedankengänge. Aber auf alle Fälle sorgt so ein hochwertiges Stück dafür, dass man sich entspannt zurücklegen kann, wann immer man wieder Vorstellungen sieht zu klassischen Taschenmessern und ich mag die Klassiker. Ich habe sie 30 Jahre besessen, also ich hatte mich vor kurzem mit Timo ausgetauscht. Ja, Timo sei gegrüßt und ich habe ihm mal erzählt, also in den 30 Jahren, bevor ich zu den modernen Einhandfolien gekommen bin, meine klassischen Taschenmesser, wie ich die benutzt habe, die wurden eins für alles genommen, also wirklich für alles. Wir haben ja auf dem Land noch gelebt, Ackerbau und Viehzucht betrieben so nebenbei und man war zum Beispiel draußen, dann wurde ein Weidezaun gezogen und dieser Draht, das ist ja in der Mitte wie eine dicke Angelsene und da mit zwei Lagen Draht entgegenläufig gedrillt, rumgedreht und dann musste man so ein Draht mal durchschneiden und den hat man mit einem Messer durchgeschnitten. Manchmal ging das nicht immer gleich und schon gar nicht, ohne irgendwelche Schaden in die Klinge zu kriegen, aber es wurde gemacht, es wurde rausgeschliffen. Dann hatte man Äste, die auf dem Weidezaun aufgekommen sind, die wurden gekappt. Ich bin angeln gewesen. Wir haben Fische geangelt, dann wurde mit dem Messer die Fische abgeschubbt, die wurden ausgenommen, die Messer waren voll mit Blut, mit Fischleim, mit Schuppen. Das Messer wurde einfach unter Wasser an Ort und Stelle ausgespült, ein bisschen ausgepustet und wieder in die Hosentasche gesteckt. Aber unter solchen Umständen ist ein klassisches Taschenmesser auch nach drei, vier, maximal fünf Jahren bei mir verschlissen gewesen und dann ist man einfach in den Laden gefahren und hat sich ein Neues gekauft. Meistens wieder das Gleiche, so groß war die Auswahl früher nicht. Und ja, dann habe ich das alte Messer auch dem Verkäufer gegeben zur Entsorgung und hat einfach das Neue mitgenommen. Denn diese Emotionen, wie ich sie heute für solche Messer habe, die waren damals ja überhaupt nicht vorhanden. Für mich war das damals nur ein Werkzeug. Die Klingen sahen schäbig aus, weil da stand bei uns in der Autogarage ein alter Schleifstein. Anfangs war der von Hand betrieben. Da hat man dann einhändig geschliffen, mit einer Hand gekurbelt. Irgendwann ist man dann auf den Trichter gekommen, dass es sich besser macht, wenn man da mal einen kleinen Motor anbaut. Aber die Klingen, die waren katastrophal geschliffen. Ich habe auch in den 90ern noch teilweise meine Klingen auf Arbeit mit einer Flex angeschliffen und sowas würde ich heute alles nie wieder machen. Also erst mit, wie gesagt, mit Einzug der modernen Klassiker. Das erste Modell war ja bei mir in Sanremo 7010. Aber wo ich das dann verglichen hatte mit meinen damaligen Laguiole, die ich besessen habe, da war ich einfach nur beeindruckt. Und das hat eben dazu geführt, die hohe Qualität der CNC-gefertigten Messer hat einfach dafür geführt, sich auch bei den handgefertigten Messern ein bisschen weiterzuentwickeln und da mal genauer hinzuschauen. Denn letztendlich meine Laguiole, die ich damals besessen habe, die waren so im Preisbereich, so um die 130, 150 Euro. Und ja, das war aus heutiger Sicht, hätte ich die Messer als katastrophal bezeichnet. Da waren riesige Spaltmaße, die Bolsterbacken, die waren teilweise verschliffen, die Klingen waren völlig verzogen teilweise, verdreht wie ein Flugzeugpropeller. Aber ich habe die Messer im Laden ausgesucht und ich habe sie gekauft. Ich habe das damals auf die Handarbeit zurückgeschoben. Würde ich heute nicht mehr machen, aber ich war zum damaligen Zeitpunkt auch mit den Messern absolut glücklich und im Einklang. Ja, wie gesagt, die Klassiker haben mich viele Jahre begleitet. Ich habe in den ersten Jahren durch die modernen Einhandfolder natürlich Abstand von denen genommen, aber ich bin inzwischen froh, dass ich wieder zu denen zurückgefunden habe, denn das sind einfach klasse Teile. So, jetzt habt ihr hier meine Top 5 gesehen. Also, ich hoffe, ihr könnt das alles ein bisschen nachvollziehen und wenn nicht, naja, hattet ihr vielleicht wenigstens ein bisschen Freude und letztendlich auch nochmal ganz klar betont, das ist meine Top 5, nicht eure. Jeder, der jetzt sagt, mein Benchmade, mein Böker, mein Zero Tolerance, mein Spyderco ist besser als Aldi Messer oder mein Riad oder wie, dann habt ihr recht. Das ist ganz klar. Gut, ich sage wie immer danke fürs Zusehen. Danke für eure Aufmerksamkeit und dann eventuell bis zu den nächsten Videos.